Was ist der Lebensstil? Der Lebensstil hat einen sehr großen Einfluss auf unser Schlafverhalten. Wir alle sind in einem gewissen Sog drinnen. Man hat Leistung zu erbringen und muss sich insgesamt den Anforderungen täglich neu stellen. Draußen seien in der Natur einen Vogel, ein Reh, einen Hasen beobachten. Das ist ein Luxus, den der Städter oft nicht mehr hat. Aber es ist ein nebenwirkungsfreies Genussmittel. Geben Sie den Pflanzen eine Chance, sie wollen uns helfen, sie wachsen für uns. Sie wachsen für uns, so braucht sie teilweise gar nicht anbauen, sondern sie wachsen wild für uns. Und dann gibt es sogar noch Möglichkeiten, dass man sie fix fertig besorgt und kann da wirklich nebenwirkungsfreie Hilfen hoffen, wenn es um Entspannung geht und wenn es darum geht, dass man eben Schlafstörungen, die ganz massive gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen können, verhindern kann. Zitronenmelisse ist eine Pflanze, die für Kinder sehr gut geeignet ist. Kinder können diese Pflanze als Aufguss, als Heißaufguss trinken. Melisse lässt sich genauso wie Lavendel und Lindenblüten in ein Kräuterkissen hineinpacken. Und wenn man dann zum Beispiel zum Einschlafen kommt, kann man dieses Kräuterkissen nehmen und Vater und Mutter oder auch Oma und Opa können dann an dem riechen und können dann sagen, hey, riechst du da den Lavendel oder riechst du da die Melisse? Schau und jetzt lass dich da durch entspannen. Und vielleicht nehmen sie sich dann selber eins, damit sie nicht mit dem Kind drum streiten müssen. Hopfen ist auch eine Pflanze, die seit vielen Jahrtausenden verwendet wird zum Entspannen. Nicht nur als Getränk, nein, auch als Extrakt bzw. als Kräuterkissen oder eben auch als Auszug, den man verwenden kann. Baldrian wächst neben der Straße und er wird auch kultiviert. Er ist eine altbekannte europäische Heilpflanze und gerade in Kombination mit Hopfen hat er eine unglaublich gut entspannende Wirkung. Das wussten schon unsere Großmütter. Lavendel, jetzt Blüter, in meinem Garten habe ich gerade herrliche Lavendelbüschen. Alleine der Duft ist etwas, was den Körper entspannt. Und Lavendel wurde immer in Säckchen hineingefüllt, um es in die Wäsche zu geben. Und das ist nicht nur gut gegen Insekten, sondern es gibt auch einen guten Geruch. Und wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen gute Gerüche, die uns entspannen, damit wir schlafen können. Der Geruch ist etwas, was uns warnt. Wenn wir etwas riechen, wird ein Fluchtreflex ausgelöst, wenn wir dadurch bedroht werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit angenehmen Düften umgeben, sonst hindert uns ein evolutionsbedingter Aspekt, dass wir in eine tiefe Entspannung fallen. Auch die Passionsblume ist eine Pflanze, die Wirkstoffe enthält, die dem Nervensystem dabei helfen zu entspannen. Fußbäder. Fußbäder sind etwas, was dem Körper unglaublich hilft. Da oben soll der Kopf abspannen. Die ganzen Sinnesorgane haben wir in unserem Kopf. Und wenn wir nicht abspannen können, abschalten können, dann ist es wichtig, die Füße ab ins Wasser. In eine Quelle oder in ein Schaffel mit zum Beispiel Lavendel oder auch Melisse. Das 10 Minuten genießen. Sie können das auch mit Kindern gemeinsam machen. Es ist nebenwirkungsfrei. Es hilft, den Stress des Tages abfließen zu lassen. Und es entspannt. Kräuter helfen wirklich in allen Lebenslagen. Sie helfen uns. Sie nähern uns. Sie entspannen uns. Achten Sie auf Ihre Ernährung. Gönnen Sie sich auch Wildpflanzen. Gönnen Sie sich das Geschenk, draußen zu sein. Und gönnen Sie sich auch zwischendurch eine Schlafpause, eben genau in der Zeit, so nach dem Mittagessen. Ihr Körper, Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. Schlafen Sie gut.